Viele dehnen sich meiner Erfahrung nach viel zu kurz, manche auch länger als ich es für nötig halte. Bleib also dran, um die besten Resultate beim geringsten Zeiteinsatz zu erzielen. Damit du das gut nachvollziehen kannst, erkläre ich es dir anhand einer kleinen Grafik. Wir haben hier auf dieser Achse die Zeit und haben hier das Resultat der Dehnung. Und wir teilen das jetzt mal ein. 30 Sekunden, eine Minute, anderthalb Minuten, zwei Minuten und dann mehr als zwei Minuten. Meiner Erfahrung nach, und wir arbeiten seit über 35 Jahren an diesen Erkenntnissen, passiert während der ersten halben Minute nur sehr wenig. Das heißt, die ersten 30 Sekunden bewegt sich nicht viel. Das deckt sich mit der wissenschaftlichen Forschung bezüglich der Faszien, die sagen, dass diese Art der faszialen Verbindungen erst mal eine halbe Minute braucht, um überhaupt nachgeben zu können. Und dann setzt der nachgiebige Effekt ein. Zuvor mache ich aber jetzt mal hier eine Obergrenze. Das ist die Dehnung, die wir maximal erreichen können. Und dann passiert während der zweiten halben Minute Folgendes, dass langsam immer mehr Dehnung zustande kommt. Das heißt, es geht deutlich hoch. Über eine Minute geht es auch noch hoch. Und dann flacht sich das Ganze wieder ab. Was heißt das? Das heißt, in den ersten 30 Sekunden passiert nicht so viel. Bis zu einer Minute passiert schon deutlich mehr. Da sind wir etwa hier. Das heißt, wir haben jetzt hier das Ergebnis. Von der ersten Minute bis zu einer halben Minute passiert noch mehr. Da sind wir hier. Und dann geht es weiter nach oben, aber die Kurve wird flacher. Das bedeutet, bis zu zwei Minuten passiert noch relativ viel, aber dann passiert mit zunehmender Zeit immer weniger. Das heißt, unter 30 Sekunden passiert zu wenig. Über zwei Minuten passiert zwar noch ein bisschen was, aber längst nicht mehr so viel wie vorher. Das heißt, es gibt ja Systeme, die dehnen auch drei, vier oder fünf Minuten. Das kann man machen. Dann kommt man hier immer noch ein bisschen höher. Aber die eingesetzte Zeit ist dann beispielsweise doppelt so lang, aber nur 10 Prozent mehr Dehnungseffekt. Und deswegen empfehlen wir, zwischen zwei und zweieinhalb Minuten maximal hier in diesen Bereich reinzukommen. Während einer Dehnungsübung. Und diese einmal am Tag, an sechs Tagen die Woche zu machen. Und wissen mittlerweile, dass das bei den meisten der Patienten und der Anwender die besten Ergebnisse, die nachhaltigsten Ergebnisse erreicht, beim Zeiteinsatz, der relativ gering ist. Wenn du mit diesen Informationen was anfangen kannst, wenn sie dir gefallen haben, dann wäre es toll, wenn du uns liken würdest und abonniere doch auch den Kanal und aktiviere auch die Glocke, dass du kein Video verpasst.